So, Kampf mit einer gigantischen Marmorette. Ich hebe sie mal ein bisschen hoch. Meine Route ist so. Am Rücken gehakt. Mit Links Filmen. Ich hebe es nochmal hoch. Ich habe den Daumen voll auf der Sprache. Gut, alles klar. Okay, das war's. Ausgestiegen. Derzeit sind alles voll Marmoretten hier auf dem See. Mal gucken, ob wir noch einen einfangen. Mal gucken. Die planschen überall heute hier rum. Und die war zufällig gehakt. Da, da, da gehts, da gehts wieder los. Überall platscht's um 8 Uhr. Na gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Vielen Dank.